Wir haben weniger als 12 Stunden Zeit, um den höchstmöglichsten Rang in Fortnite zu erreichen. Unreal! Wir fangen beide bei den niedrigsten Rang an und arbeiten uns von da aus zu den höchsten Rang hoch. Das Ganze wird ein Duo-Speedrun zu Unreal! Er brennt! Hol ihn dir! Boom! Ich glaube, über mir oder so. Oh mein Gott! Chittern! Chittern! Oh mein Gott! Hell upon! Pickaxe mine! Wir brauchen mindestens 20 Kids! Sniped? Frontier! What the fu- Headshot! Bin 20 White noch! 110, weiter! Mein Bike! On the road! Kein Auto! Weiter! 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 Crack! Wir könnten 30 Kids schaffen! Trigger! What's pursuing? What's pursuing? gerade. Okay, letzter Mann. Die erste Runde war jetzt nicht super schwer für uns. Wir haben die komplette Lobby auseinandergenommen und am Ende noch einen Trickshot getroffen. Let's go. First try Trickshot. Let's go. Holy shit. Nach der Runde wurden wir Silber auf. Was? Obwohl wir dachten, wir kommen direkt höher. Danach hieß es für uns, so schnell wie möglich aus Silber kommen. Die kacke gewesen. Holy shit. Aha. Wir hatten die ganze Lobby zerfetzt und am Ende 32 Kids gehabt. Noch eine Runde. Yo. Maxi fährt mehr epische Sieger als Haare. Der fuck. Was ist denn das für ein shit an hier gerade? Bei mir sind zwei auf jeden Fall. Ramme. Ich schießt Luden ab. Warte, nicht. Nein, 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 nein. Meiner. Oh mein Gott, ich bin so viel besser. Ich bin so viel besser. Shit dann. Unterrad vor mir. 6.1. Grü'si. Wo ist der andere hin? Das fühlt sich schon ein bisschen fies an, oder? Leute, sind wir gerade fies, ja, ne? Es ist halt die Challenge, Leute Es ist die Challenge Dritte Runde wurden auch alle komplett auseinandergenommen Und sind von Silber 3 auf Gold 1 dann hochgesprungen Wir sind in Gold Gold 40%, wir gehen hoch Das ist der Run Schreibt gerne mal in die Kommentare Wie viele Stunden, glaubt ihr, brauchen wir, um Unreal zu werden Die Person, die es schafft, es genau zu erraten Kriegt von uns 1000 V-Bucks Was du sagst Andi, da mag's Hol dir den Baum Guckt der Arme Wenn die jetzt oben sind, war Kacke Erster gesniped Ist der nach oben, ist der unten Er ist tot Hab ich Hab einen Ach, Däger Jungs, fahrt nicht weg, bitte Boom Das ist der letzte bei mir Ja, schieß mal rein in den Busch Ja, bei mir sieht's nicht gut aus Du schaffst das, Pilen Der hat links, äh, kein Schill Alles klar Tschüch, Junge, warum ist das so crack? Das ist ein Streamsniper, bin ich mir ziemlich sicher Ja, dogshit Oh mein Gott, Riesen ist so crack Ah, das war doch nicht Riesen, glaube ich Kaka Tower Ich glaube, das war doch nicht Riesen Was ist denn los, Großer Was ist denn los, Großer? Warum liegst du nur auf dem Boden, Mann? Ach, das ist ein Bot Naja, der geht grad zum Busch hier Durch Gold sind wir auch komplett durchgesprintet Und am Ende sogar ein Trickshot getroffen Easy Trickshot Wir sind immer weiter und weiter und weiter aufgerankt Bis wir dann im Platin waren Bis jetzt haben wir noch kein Spiel verloren Und im Platin haben wir auch einen Win nach dem anderen geholt They don't know me, son They don't know me Oh, der steht mit Raketen, der war vor mir Hier drin Hello Ah, hey Ein bisschen pinen, du musst zu mir kommen Das sind, glaube ich, drei Klingeln von mir Oh, my way Meiner Geklaut Gesniped Warum, wo ist der dritte? Oh, Mann 18 Kits haben wir Unter dir Der ist weit Nice Der ist beim Movement Hinter Movement Hinter Movement Der ist hier in die Movement Hinter der Kiste Los, go Ah, was, ich kriege das hin Das ist der letzte, ne Oh, epic Ja, epic Er sieht 27 Kits Ubrank Platin 2 Oh, ich glaube, jetzt kriegen wir nicht nochmal direkt einen Ubrank Kann da los Oh, willst du ja im Duell machen, oder was, Großer, ne? Hast du verloren? Oder was? Oh, erscheint wohl so, ne? War die Computerkarte, oder? Alright, einen habe ich Dead, 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 dead Und wie einer Ja Das war schon Er kann explain Wir haben 29 Kits Wir brauchen noch einen Jizz mich mir auch voll Okay Was ist halt das, was weh tut, weißt du? 33 Kits Und kein Ubrank Baut ja Soll ich noch snipen, oder was? Ja Okay Wie hat sich oben gedreht? Der arme Er guckt sich dreht Langsam Oh Oh shit Bist du ja bestimmt In langsamer Ecke, oder? Wow Ich war nicht mal low Wohin des Weges Zwei tot Der andere war hinter dem Naja Oh, er hat mich echt noch getroffen, Digga Ich heule What the fuck Jungs, ich habe keine Shotgun Macht man nicht so Wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich trau mich nicht Oh mein Gott Das ist so krass Oh mein Gott Shit on Ah, guck mal Da oben siehst du Der da Der da läuft Willst du was geiles sehen? Guck mal hier Zack 720 Jetzt gucke ich kurz Und dann Boom Tod Ey, du stehst weit auf mich oben Headshot Snipe Gepick, ey Shit on Bis wir dann In Diamond angekommen sind Yeah Ach ja, und by the way Vergesst nicht Bei Support and Credit Max Fans zu geben Um mich damit zu unterstützen Würde mich sehr freuen Und vergesst auch nicht Einen Daumen nach oben Und ein Abo da zu lassen Für unseren Naja, Tryhard Sag ich mal Und für die Videos Für den Aufwand Das wäre sehr süß, danke Diamond war für uns Auch keine riesen Herausforderung Wir haben da auch versucht So gut es geht Durchzusprinten Und so schnell Die Kills zu machen Wie möglich Musst du dead sein? Oh, nein Habs gesehen War echt Anreiz Ich war so Oh ja, ich spreng jetzt aus Mit Movement Ich hab dich richtig schön verfolgt Aus dem Auto Und mir das schön angeguckt Ich dachte, ich hab Movement Outplayed komplett Oh mein Gott, was springt der so hoch? Alter, der shittet dich Was ist denn da los? Wexie Ey Digga, ich bin wieder da Junge, mein Internet Ich glaube, mein Stream ist auch abgekackt Ach, schade Auch wenn ich ihn die ganze Zeit aufhabe Und er läuft Frack ist ganz von oben Hast du beide Und da ist auch noch Über dir ist noch einer Ja, ich bin one Muss er hin? Bro, ich bin halt legit Sack Geh da raus Boah, ich werd gelasert Jetzt in der Luft Nein, nein Ich komme Cracked One Fertig weit Dogshit I can't explain I got this feeling in my eye Oh Oh Äh 49% Eie Oh Shit on Schade Schade, Jungs Scheiße, Jungs Was ist da los? Ich kann es jetzt ernsthaft machen Anderen Hm Der Luft Besser ist das Okay Bruder Hallo Man, lass mich doch einmal Über mir Nice Ab ihn Oh, was passiert? Oh, what the fuck? Oi Die Medaille ist hier noch In die Richtung hier ungefähr Wo bist du? Hä? Oh, ah Ai, ai, ai Mein Gott Jesus Christ Hast du es gesehen? Ja, ja Oh, nicht ein Schuss Ah Die A3 Niemals Nein, 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 nein Nicht, dass du mein Kicklauen Jungs Aha Aha Norman Usa Hi Uhuhu Oh, man darfst nicht viel Schaden Schön Trefft nicht Fuck, er trifft doch Scheiße Ich hab's doch provoziert Oh, ja Oh, my god Unter dem Baum Eingesperrt Cracked Das night Oh, man küsst mir so low Oh, my god Der ist so low Oh, nein Der Arm Ich hab außer nebenbei aufgemauß Stimmt das Juhu Stimmt das Schmetter hier vorne Haha, meine Hex, Bro Juhu Und dann haben wir's geschafft Wir sind Elite geworden Ja Easy Und so wird meine Elite 24k Ja, klar Das ist ein Ubring Hey Wie viel Prozent 35 Das kriegen wir doch voll hier Ah, hier kommen wir jetzt, Digger Bei dir hab ich 50 There's one One Nochmal zwei Oh, ich bin dead Hab einen bei dir Aber Armee dran sind auch noch welche Müssen schnell schicken 99 Oh, ich hab legit gerade gebaut Das ist so eine Scheiße 70 bei mir Dead Der ist dann gepusht, oder? Bro Fien, der stammt mich mit in der Luft, Digger Einer hat schon seit der hintere Der hintere ist white, der hintere ist white Ich weiß, ich hab mich gepackt Was ist von der Medaille Digga, kommt doch ein Team Können wir den pushen Der solo Dott, dott, dott Also hier haben 22k Das ist crazy bei Elite hier gerade Pass auf Kommt der hier rein Kann man nicht Ich hab den nochmal boxt Ich hab den nochmal boxt Was ist hier los, Digger? Don't Wir müssen hier raus, Digger Oh, meine Sniper Knock White, ganz viel white Ich hab ihn Hab ihn Das ist Zeit Rack nochmal Oh White, 27 Ja, ich bin auch Absolut one Ab Elite wurden die Runden Dann langsam spannender und spannender Weil die Gegner langsam anfingen Auch mal zurückzuschießen Das war ein Toxic Erste Runde hatten wir Dann noch 32 Kids Und haben gewonnen Haben wir 30 Kids Juhu Puh 21% Wenn man mit über 30 Kids Die Runden holt Eieieieiei Eieiei Eieieiei Eieieiei Eieiei Trimax hab ich geholt Der ist eh jetzt... Reicht doch mal jetzt. Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Schön. Bei der 1 HP, bei der 1 HP. Baby shark, doo-doo-doo-doo, baby shark, doo-doo-doo-doo, baby shark, doo-doo-doo-doo. Nächste Runde war aber etwas knapper, doch dennoch haben wir einen Win geholt. Ich hab den einfach, ja. Schade, fast mit Spitzhack wieder. 21%. Wenn wir die nächste Runde gewinnen, kriegen wir unseren Uprank zu Champion. Deswegen müssen wir nochmal komplett reinschwitzen. Ist kaputt, man. Snipe. No Scope, Headshot. Shit on. Äh, jeet die Pizza rein, Bro. Bei mir, bei mir. Über dich, komm. Ich hab keine mehr. Halt, 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 halt. Er hat, er hat. Oh, ich hab was geiles. Oh, Digga, wirklich kann ich. Weißt du, was ich meinte, denke so. Was ist, wenn mein Dad gerade diesen Stream hier sieht, ausnahmsweise. Was hat ihn das noch schockiert? Hatschersnipe. Kurz mal gesnipe den Brea. Ja, ja, ja. Adio, amigo. Uh, uh. Der eine ist ja gefährlich, weißt du. Wir sind noch nicht ganz sauen. Noch weiter nach hinten. Snipe 110. 110 auf den linken auch. Cracked unter mir. Backzone. Du hast Movement, ja? Ja. Wir bauen eine Sky Base. Headshot Snipe. Dead. Komm hier. Auf ihn. Lasert. Da, 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 da. Nice. Easy on plate, Jungs. Was ist da los? Up rain. Uh. Ah. Da, 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 da. Und? 21 Prozent von Champion. Okay, wir haben Champion erreicht. Ab jetzt hieß es, alles geben und komplett reinschwitzen, damit wir es schaffen, innerhalb der zwölf Stunden Unreal zu werden. Ja, ich hab die Püste. Erste Runde. Ja, ich hab keinen Aim. Bro, ich war... Ich war hundertmal drauf, ich hab nicht einmal getroffen. Shit on. Ah, ah. Oh mein Gott, den hab ich so geshittet, den hab ich so geshittet, what the fuck. Soll ich hochkommen? Headshot Snipe. What? Ich hab nicht so geshittet, den hab ich so geshittet, den hab ich so geshittet. Ich hab ein Nack. Ich hab ein. Ich hab ein Nack. Ich hab ein Nack. Nack. Ich hab ein Nack. Chop. Ich hab noch zwei Nack. Headshot, Headshot vielleicht nochmal? Wollen wir hin? Ja, ich will bis zu lange nachher. Geh schonmal, geh schonmal. Ich komm mit Improvement. Hab den hier unten, hab den unten. Hab komplett. Ich hab Metall voll. Highground ist schwer. Hier Crack bei mir. Oh nein, Digga, ich bin in seiner Scheiß-Drecks-Box. Scheiß-Controller-Player. Oh, Digga. Er fällt runter genau in der Box. Hast du mit? Oh mein Gott, der ist... So ein Pussy, Mann! Zweiter Platz. Ey, ist das scheiße. Zweiter nur. Zehn Prozent. Eieieiei. Wo hat der denn hin? White, nochmal white. Ich muss nachmachen. Spray ihn einfach. Nice. Wir haben uns so smart gemacht, ne? Danke für die Mets, Jungs. Wir sind halt Hasen der alten Schule. Ja. Auto. Double Steps, Double Steps. Du musst schneller kommen, du musst schneller kommen. Ja, ja, ich bin da. Nein, 90 White-Shotter-Bahn in mir. 99. White. Und nochmal white. Und nochmal white und nochmal ein Headshot. Digga. Holy Shit. Digga. Hauf, kurz. 110. 110. Da kommt einer rein, da kommt einer rein. Der hintere. Hab ihn, hab ihn. Hier, Mad Kid. Der einen hab ich noch, unten, ne? Im Wasser. Jo. Nochmal 100. Was hinlässt du hin? White. Ich hab nur den genockten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kann auch gelassen. Ich bin immer alles. Ja, ich sag's dir, das normale, wie sie ist halt geiler für mich. Ich sag's dir, so wie es ist. Ich brauch das normale. Ich brauch gar nix mehr. Ne, ich brauch das normale. Ui. Oh. Kann ich nicht klicken? Wuuu. Digga. Ich fall runter. Ich bin im Wasser. Ich bin absolut im Wasser. Und im Wasser unten ist auch euer noch. Schön. Einmal schwimmt. Cracked. Hast du gesehen? Ja. Der Slow. Nice. Cracked. Dead. Das macht der andere Helo. Dead. Ja, schön. Gebrochen. Mehr Punkte. Gib mir 15% bitte. 12 Kids. Und win. Ja. 14. 14%. Endschutzzeit. Ach, Digga. Was kassier ich denn für Bretter? Ist ja nicht mehr normal. Alles gut, ich kassier auch Bretter. Ich hab keinen Heel mehr. Oh. Bisschen Deckung. Ist über mir. 100. Zum Glück kein Tryhard. Gott sei Dank, Alter. Das wäre ja übel kacke, wenn das wäre. Hast du das Auto? Ja. Sieh durch. Ist meins. Ach, mein Gott. Hab ihn. Reicht. Er hatte vier Medaillen. Der Arm, Alter. 10%. Okay. Aufhalten. Er fällt. Schrauben schießt, Digga. Kannst du oben ein bisschen bauen? Dann mach ich Matkit. Komm mal hoch. Bau für mich. Bau für mich. Auf jeden Spray. Spray auf irgendjemandem. Leid kurz nach. Ja, unter mir. Ja, weiid, weiid dead. Geh Erde ja runter. Wadeasking. Was drauf springen. Ich baue mich baue. What the fuck? Man stimmt da Out of Zone. Wie langweilig? Mann. Ja. 12. Ja,n bisschen Prozent haben wir gemacht. Locked Cracked one Der ist los, der ist los, der ist los Ja, da, da hin Ja Ba-bom-bom-bom Shit, eure Opfer Hast du die Goldene Pump? Ja so Oh mein Gott, Digger Woop, 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 woop Das ist auch nur der Polizei 110 Bomm, ihr Steps Oh, er ist rausgegangen Digger, ich wollt's bauen, Junge 7% Naja Ist der ein Mate mit drin? Nee Schön Oh mein Gott Ich weiß Links, links, links hinter dir In der Box drin Ach, ey Klar, deine Goldene Shotgun Ja, was auch sonst Konzentration, wenn wir Win holen haben, war es geschafft Wenn wir hier einmal aufmachen, oben so, pass auf, pass auf, was ich hab hier Auf uns drauf 100 Auf die linken 100, auf die linken 100 Headshot Snipe Halt die Wand, halt die Wand Lass hin, lass hin, lass hin Ja Los Komm mal Der Dett ist offen Haben wir nen Abfang vielleicht? Ja Lass uns das weiter rotieren Okay Musst du hin? Ich spiel Ulti Low Ich bin auch unten, ich bin auch unten, kommst du mit vielleicht? Komm schon unten, wo bist du? Ich bin bei dir Ich bin bei dir Hier, 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 da war einer Spray Bisschen weiter Ich tank bisschen Storm Frontzone Der unten ist weak, der unten ist weak Hast ihn? Dead Komplexlepp 84, 84 weit auf den 42 auf den anderen Dead, einer Nice Schau her, Junge Cracked Ich hoffe, wir haben den Uprank bekommen Das wäre, glaube ich, Rekordzeit Das wäre richtig schnell Unreal geworden Das fiel bestimmt zu 3% oder so Let's go Wir haben es, Unreal Easy, Alter, gar kein Problem gewesen Nur Unreal-Gegner gehabt, gar kein Problem, weißt du, was ich meine Nach 11 Stunden und 21 Minuten haben wir es geschafft, Unreal zu werden Und das innerhalb der 12 Stunden Das ist einfach so eine krasse Leistung, finde ich Leute, falls ihr noch mehr von so welchen krassen Cry-Heart-Videos sehen wollt Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da Ich würde mich sehr freuen Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video Ich weiß auch noch nicht genau, was es wird Aber es wird auf jeden Fall krass Bis dann, hab euch lieb und ciao Bis dann, ciao!